Was geht ab, Freunde der gestörten Spiele und willkommen zurück in der Psychiatrie schrägstrich, wir sind der Doktor, schrägstrich, wir sind jetzt im Wald. Hashtag, ich habe keine Ahnung, was hier vorgeht. Aber egal, schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Wir legen jetzt direkt los ins Ungewisse. Okay, ich bin in. Zeit, zu überarbeiten. Find Jasper und get a true sense of events. Okay. Esche Ortung ist an. Okay. Okay. Das ist okay. Ah, kacke. Kacke. Ah, Gedrücktheiten, sowas. Hello? Hello? Okay-dokie. Warp one city. Ah, shit, 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 shit. Irgendwie kann ich mich aber auch da hinwarpen, oder? Hier ist doch wieder so ein Einladungsauslöser. Oder auch nicht? Oh, kacke. Oh, kacke. Okay. Kannst du mich nicht zu den Worten schwellen? Ah, number one. Oh, kacke. Wir können auch sterben. Ja, fein. Machen wir das Ganze nochmal. Juhu. Nur weil ich so unvorsichtig war. Ah, und zumindest nicht wieder von ganz von vorne, das ist ja auch schon mal was. Okay. Kann ich ihn überwältigen? Kacke! Das ist doch Mist. Hallo! Die Waffe ist ja sowas von ungenau. Aber dafür auch sehr zerstörerisch, sehr zerstörerisch. Hier lag doch was. Okay. Anscheinend, das ist ein Bug. Oh, shit. So. Das nächste lag am. Black, for God's sake, hurry. I'm trapped. You can stop this. Jasper, you brought this on yourself. I warned you so many times. I've got too much to lose here. Black, for fuck's sake, listen to me. Okay. Curiouser and curiouser, Mr. Black. Yep. Ich finde auch, dass es immer mysteriöser wird. Mr. Red. Hm. Hier ist aber auch rein gar nichts. Mann, hier liegen mir Pistole, die ich irgendwie nicht nehmen kann, obwohl ich direkt vor der bin. Ach, jetzt geht's. Klar, man muss sich weiter wechseln von Pistolen, dann kann man die erst nehmen. Ist Dummkopf. Oder Holzkopf. Oder wie auch immer. Ah, okay. Und schwubbeliwob. Okay. Okay. Oh, okay. Kann ich ihn überwältigen? Ihn auch? Ich glaube, wir sind nahe zu dem Punkt von Jaspers' Unfortunate Demise. Hope, wie stabil ist die Erinnerung? Holden Sie, Doctor. Aber schnell, bitte. Ich habe gar keinen Schuss mehr, geil! So, weiter, 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 hier sind noch 1, 2, 3, haben wir auch. Jetzt noch den an der Tür, oh, wie der flitzen kann, der Kleine. Na, pull, pull, pull. Die verzieht auch übelst, die Knarre, aber egal. Das, was sie tun soll, macht sie ja. Deswegen ist alles gut, gut, gut. Hier ist noch mal was. Wie sehr? Ja. 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 hmm okay ja dann gehen wir doch mal dahin Wollte ich sagen. Roger. Ich habe dieses Gears hier nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass wir hier nicht mehr sehen. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr erledigen kann. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht mehr verletze. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Durch Schüsse in den Kopfbereich getötet wurde. Da das Opfer keine Auslasspapiere bei sich trug, muss zur Ermittlung der Identität ein forensischer Untersuchung durchgeführt werden. Die Autopzie ist für Freitag angesetzt. Die Ermittler konnten am Tatort Patronenhülsen sicherstellen, die mit dem Profil einer ca. 10 cm von der Leiche gefundenen Pistole mit Schalldämpfer übereinstimmt. Die Waffe konnte als selbstladende von der Firma ADS entwickelte Pistole identifiziert werden. Okay, dann wissen wir schon mal zwei Sachen. Mit Schalldämpfer, ne? Mehrere Schüsse im Kopf mit einer Pistole mit Scheinwerfer. Äh, Schalldämpfer. Gibt es nur die eine Pistole mit Schalldämpfer? Mit mehreren Schüssen. Mit mehreren Schüssen. so also nochmal lesen nur mal kurz mit mehreren unterscheidet mit einem schuss jetzt hat er gesagt dass der kopf augenscheinlich nach durch schüsse in den kopfbereich getötet wurde okay pistole schalldämpfer kopf also black vielen dank und Do we have sufficient data? Yes, Dr. Ramsey. Run simulation. I always lied to you, Jasper. Listen to me. Just put the gun down, okay? You do this and everything changes. Just put the gun down! What's happened now, Hope? Memory corrupted, Dr. Ramsey. A byproduct of the reconstruction. Is the memory fighting to protect itself? Possibly. Or the result of exploring an amnesic memory. This is untested ground, Doctor. Neutralize the threat, and I can pull you out. I was here, to stop Jasper getting killed. Like? I'm sure. I was here, to stop Jasper getting killed. I'm sure. Black for fuck's sake, listen to me! Huh? I was here, to stop Jasper getting killed. I'm sure. Okay. And now? Ah, the open. Just put the gun... Hallo! Okay. Und zuverlässiger Erzähler? Ja, danke davor! Und zuverlässiger Erzähler? Ja, danke davor! Aufmerksamkeit. Und zuverlässiger Erzähler, um eine rechtliche Entdeckung zu erhalten, Dr. Ramsey. Huh. Die wechselt ihn. Und all we have to go on is that Jasper wasn't doing as he was told. Und that he crossed a line. Make a note of that, Hope. Note recorded. Okay. Let's load up the second bookmark. mag so an dieser stelle machen wir wieder ein cut vielen lieben dank dass sie zugeschaltet habt lasst das ganze mal so ein bisschen auf euch einwirken vielleicht werden wir dann genauso folgt man weiß es nicht bis zur nächsten folge haut rein